Denn oft ist es so, dass keine oder kaum Kontakte, auch wenn die Grenzen nahe sind, dass keine oder kaum Kontakte vorhanden sind. Es ist das Programm im Programm und gibt den lokalen Akteuren vor Ort die Möglichkeit, selbst Mitverantwortung zu tragen, einen Button-up-Ansatz zu leben und die regionale Entwicklung eben vor Ort mit den lokalen Akteuren voranzubringen. Vom Programmseite aus geben wir damit einen Vertrauensvorsprung unseren Partnern, die vor Ort genau und bestens wissen, was das Territorium braucht, und herzlichen Tritt machen wir die Flütena in der Oberlinten, in der Luftkasse, Über diese Projekte besteht die Möglichkeit, dass diese Kontakte geschaffen werden. Der Mehrwert in CLLD-Projekten ist, dass wir Menschen grenzüberschreitend in Beziehung bringen und an die Menschen wirklich heranbringen, was bedeutet denn europäisches Zusammenarbeiten, weil wir eine kleine Grenze sind mit Sprachbarriere, mit unterschiedlicher Kultur und durch das Kennenlernen und Verständnis schaffen füreinander, bereiten wir eigentlich den Weg für ein Europa auf. Wir sehen uns in unserer alltäglichen Arbeit und es ist wunderschön, wenn wir sehen, was aus diesen Projekten entsteht und wenn Menschen grenzüberschreitend zusammenkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.